Musik Tag zusammen! Ja, so ein schöner Weihnachtsbaum draußen auf der Terrasse aufgestellt, ist schon was Fallendes. Vor allen Dingen, wenn später der Schnee noch drauf fällt. Aber draußen ist auch Wind. Und der Wind wird dazu führen, dass er hin und her baumelt. Dann fallen die Kerzen runter oder was soll an Gesteck gemacht haben. Und ich denke, das sollten wir vermeiden. Dafür habe ich eine prima Lösung gefunden. Ich befestige den Baum mit dem Ruckzucksystem. Das ist ein Drahtseil mit einem Drahtseilschloss. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Die Multischlinge legen wir um den Baumstamm und ziehen das Drahtseil durch das Augterminal. Schön fest. Dann stecken wir das Drahtseil in das Drahtseilschloss, legen es um einen Haltepunkt, wie hier den Pfahl, und ziehen es durch das zweite Auge in das Schloss und ziehen fest. Übrigens könnt ihr mit dem System euren Baum auch im Zimmer befestigen, damit ihn Katze oder Hund nicht umwerben. So steht er jetzt fest, unser Baum. Da kann nicht mehr viel passieren. Da kann es ruhig winnen. Ich wünsche euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wie sehen wir uns. Wir sehen uns.